Wo wohnst du? Ich wohne in Spandau. Sympathisch, danke. Schreppen. Schönen Abend, euch drei hübschen. Danke, dir auch einen schönen Abend. Danke. Ja, hin und wieder vielleicht mal. Ihr könnt erst los, wenn Elli mich angenommen hat. Elli, nimm Shorty an. Ey, meine Taschenlampe ist gerade an. Ich mache das direkt gleich. Wo wohnt die Linke? Berlin. Sie ist ein Berlin City Girl. Wenn jetzt sind gleich 320 Leute drin, dann musst du ins Bild kommen. Nee, bei 500 kommt sie ins Bild wieder. Bei was denn nun? Einmal bei Garnet? Lass eine rauchen. Klar, gerne. Look sweet, you too, Botox. Was heißt das? Der Aligner ist voll gut. Die Hase braucht dafür auch wirklich nur so zwei Minuten. Von wem? Von mir oder von Vivi? Schöne Grüße aus der Schweiz. Danke, kannst du uns mal Snacks aus der Schweiz zuschicken? Ich würde mal gerne Schweizer Süßigkeiten kosten. Hallo. Hallo. Ist sie blond? Ist sie blond? Ist sie schüchtern? The group leader? No, she isn't. We don't have a girl. Ich hatte letztens irgendwas in Englisch gesagt und hat mich einer danach korrigiert und war so, kann man mit euch teilen? Ja, hier kannst du mit uns schreiben. Du hast teilen geschrieben, also nein. Dann habe ich irgendwie gesagt, er bekam... Oh, der ist süß. Ich war gleich, die Polizei sei verboten. Danke, du kannst meinen Nachbarn schicken, den Polizisten. Das ist mein I love Django. Welche Klasse seid ihr? Ausbildung, 12.12. Darf ich eine Blume schenken? Ja, danke für die Blume. Servus, hallo. Er ist ein 10 von 10, aber mit dir irgendwie verwandt. 0 von 10. Ihr könnt doch was haben. Willst du stehen oder willst du einen Stuhl? Eigentlich gar nicht. Thomas, kommen immer direkt mehr Leute rein. Digger. Guck mal direkt mehr Rosen auch noch. Alle sind irgendwie drin. So, man. What the freaking? Hast du unten ein Piercing? Ja. An meinem Bauchnabel. Kannst du? Ja. Nein. Da hast du einen Spitzer, ne? Ja. I remember when. I remember when. Habt ihr euch gerade geküsst? Ja. Ja, sorry, dass ich eine Freundin habe. Ich supporte das nicht. Ich supporte meine Läste. Wie alt? 71, umgedreht. Ticker. Einfach TikTok-Business. Ruf jetzt eure Eltern an. Die können nicht. Beschäftigt. Die haben wir. Solange ich nicht schon meine Mutter hochlade, findet sie es nicht schlimm. Digger. Seid ihr drei? Ich will noch eine, damit ich vier Frauen habe. Oh Gott. Oh Gott. Ich scroll mal wieder runter. Wie hüpfisch seid ihr? Dankeschön. Ihr seid heiß. Dankeschön. Shake. Snake. Snape. Snape. Severus Snape. Dandelda. Snape. Ron. Ron. Ron Weasley. Ron. Ron Weasley. Hermione. Outfit. Meine Ohrringe sind von A&M. Let's go. My girlfriend is next to me. Hallo, your girlfriend. How are you? Bitte hört auf. Hab so einen Stor rum. Ich kann auch was anderes singen. Kiss. Ich mag deinen Nasenring. Ja, ich mag deinen Nasenring auch. Ich auch. Ich habe den reingemacht, damit Leute mich versklaven können. Seid mal deinen Bauchnabelpiercing. Harry Potter. Ab 500 Zuschauer zeige ich meinen Bauchnabelpiercing. Geht ihr Gym? Ja, wir gehen alle ins Gym. Ja. Amy, jetzt gehen alle wieder. Habt ihr schon Milch produziert? Leider noch nicht. Aber ich bin in Planung. Elli. Ja, was machst du? Rose, Rose. Danke für die Rose, Rose. Salam Aleikum. Sam. Schön, dass du dann kommst. Hi, Sam. Liebe Grüße, liebe Grüße, Zorö. Wenn ihr älter seid, werdet ihr richtige Maschinen. Alter, wir werden... Elli, zeig mal Arme, Elli, zeig Arme. Soll ich mal meine Arme schreien? Zeig Arme, Elli, zeig Arme. Ja, ich mach Schluss. Sie. Nein. Ja, jetzt seid ihr alle. Wir sind alle 71 rumgedreht. Abgeguckt von Sam und Lottie. Sagen das auch immer deswegen. Wann kommt ihr raus? Keine Ahnung. Wissen wir noch nicht. Also wahrscheinlich sind wir 20 zu 30 beim Treffen. Sie ist meine große Schwester und ich bin die größere Schwester. Wie geht's euch? Danke, gut und selbst. Oha, massiv. Oder? Jim's halt sich aus. Das ist manchmal so fes, einfach nur lustig. Where are you from? Ich hab hot, man. Ist in Australien nicht genau andersrum von dem Wetter her und von der Zeit her? Ist dann nicht... Wenn hier Winter ist, ist doch der Sommer, oder? Das ist gefühlt immer Sommer. Einfach bigger than me. Was wollte ich später machen? Keine Ahnung. Ey, übrigens, was ich hier sagen würde, dieses Middle-Bot, Middle-Boot, das will ich irgendwann in der Story machen. Meinungsruh, Playboy, Carti, nice. Ja, aber ich muss erst mal ein Bild erst mal was finden. Liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Wir wollen straßen, wir tanzen. Ihr habt voll das schönes... Digga, ist das ein Filter? Haben wir... Kann wir den Filter bitte ausmachen? Ist das Hautglättung drauf? Soll ich wegmachen? Ja, macht den mal weg, bitte. Äh, wo... Wir sehen dann immer fast genauso aus, ne? Ja, aber finde ich besser ohne Haut, wenn ich sah aus wie so ein kleines Kind.